Er geht in die vierte Klasse bei die Frau Volke. Ist die auch hier? Wenn ja, seien Sie gegrüßt Frau Volke. Er tanzt jetzt schon das zweite Jahr bei uns in der Prinzengarde. Und seine absolute Leidenschaft, wie könnte es anders sein, ist Fußball. Beim GKSC. Was bist du links außen? Rechter Verteidiger. War aber nah dran. Links außen, rechter Verteidiger. Ja, er hat natürlich nicht nur einen super Kommandanten im Verein, nein, er hat auch einen super Trainer, den besten Trainer der Welt, der Klaus-Dimo Vetter. Ist der denn hier? Ich gucke uns. Ne, auch nicht. Seid trotzdem gegrüßt. Jetzt ist es der zweite in dem Bundel, der auch Star Wars gefällt. Ich glaube, wir müssen die Kostüme mal umstylen als Darth Vader. Ich so, ich bin dein Vater. Ah, ihr wolltet sein. Okay. Nintendo DS schleppt er immer mit, kannst er aber jetzt bis Aschermittwoch, wenn er mit uns jetzt vergessen. Hatte man nicht drüber gesprochen, ne? Ja, das habe ich mir gedacht. Sein Taschengeld geht auch oft in der Eisdiele drauf. Kenne ich bei Jonny und ich auch hier ein Eis esse. Süßigkeiten sind auch toll. Er hat doch ein Lieblingsessen. Hm, schwierig. Am liebsten Pommes, Tomatensuppe, Pizza. Klar. So, Bauer Luca, du kriegst jetzt von deiner Mutter, ich gucke uns noch hin, und von Papa, und von der Oma, also die ganze Familie ist da, die Insignien der Macht. Oh, danke. WESELT WESELMEN So, lieber Luca, dann für dich auch. So, jetzt haben wir ein neues Dreigestirn und zu dem Dreigestirn gehört die Pagen. Jetzt kommen wir beide Pagen nach vorne. Das ist dann einmal die Lara, Lara Sieberts. Und die Hanna, die Hanna Schmitz. Wir gehen nämlich nicht nur zu dritt, wir gehen immer zu fünft. Bei uns zerrt jeder gleich, ob Pagen, Prinzessin, Buhr oder Prinz. Ich möchte die Lara aber auch mal kurz vorstellen. Auch eine junge Dame von zehn Jahren. Sollen wir noch sagen, wo? Natürlich in Köln geboren. Hier sind alles nur Kölsche hier in dem Raum. Sie hat auch eine Schwester Nina und sie lebt mit ihrer Mutter und der Nina und den Haustieren, einem Zwergganinchen und einem Zwerghamster. Also eine Hamster ist ja schon klinisch. Wie klein ist eine Zwerghamster jetzt? In ihrer Freizeit macht sie gerne etwas mit den Freunden, lesen und sie schauspielert gerne. Und das ist schon recht erfolgreich, denn sie war schon in Fernsehserien, Werbesports und so viel ich weiß wie an einem Kino. Ihr Leibgericht, aber auch das sieht man in Lara, ist Schnitzel mit Pommes. Das würde sie am liebsten jeden Tag essen. Gemüse und Fisch isst sie nicht ertreibend. Ich bin ja ein Böde. Wenn sie groß ist, möchte sie gerne Schauspielerin werden oder Kinderärztin. Ich glaube am besten beides, weil Lara. Eine schauspielende Kinderärztin liebt ja nur ohnehin allzu oft. Lara, auch dir im Dreigestirn rufen wir zum ersten Mal aus. Auf die Barschen des Kinderdreigestirns. Dreh Morg-Loyal. Dreh Morg-Loyal. Die Barschen. Und Loyal. So, last but not least. Meine Hanna, Hanna Schmitz. Die Hanna ist auch neun. Ist neun Jahre alt und natürlich auch in Köln-Gebauer. Seit acht Jahren wohnt sie schon in Gläuer. Kannst du dich an den Umzug noch erinnern, Hanna? Nicht wirklich. Sie ging in den Kindergarten St. Dionysius von 2007 bis 2011. Seit 2011 ist sie in der Brüder-Grimm-Grundschule und nun schon im dritten Schuljahr. Ihre Klassenlehrerin ist die Frau Kirschbaum. Herzlich willkommen, Frau Kirschbaum. Ihre Hobbys oder ihr liebstes Hobby ist natürlich das Tanzen. Sie hat, seit 2008 tanzt sie bei den Gläuler-Borgmäuschen. Und das, glaube ich, sogar sehr erfolgreich, ne Hanna. Außerdem tanzt sie auch im Gläuler-Tanzsalon und bereitet sich auch auf Hip-Hop-Tanzen vor. Junge, Junge, Hip-Hop. Trotzdem hat sie aber noch genug Zeit, um sich mit Freunden und Freundinnen zu treffen. Was natürlich auch sehr wichtig ist. Da gebe ich dir vollkommen recht, Hanna. Freunde sind das Wichtigste im Leben. Eher als mit Nintendo DS. Ja, was sie nicht mag, und das ist das, was ich auch nicht mag, das ist nämlich Streit und Stress. Den möchte ich auch nicht haben. Lassen wir uns gut vertragen, dann haben wir eine schöne Zeit. Auch bei dir kann ich nur sagen, Nudeln, Pizza, Eis, Brokkoli und gekochte Möhren mag sie nicht. Ja, Marionette, gekochte Möhren. Außer das Kaninchen hängt noch dran, dann könnt ihr mir überlegen. Ja, also Hanna. Jetzt bekommt ihr auch noch eure Orden. So, dann darf ich die Mütter bitten, das zu tun. Haben wir nicht starten, zu fünfter stunden. Jetzt auch für dich, Hanna, das erste Mal für nur für dich. Drei Mal Gläuel. Fasche Hanna. Gläuel. So, jetzt haben wir den Salat. Jetzt seid ihr fertig. Wenn ihr jetzt wollt, dürft ihr die Orden verteilen an die... Oh, ne, ich hab den verjessen. Den verjesse ich immer. Das ist ja mit das wichtigste Validät. Darf ich den Prinzenführer mal nach vorne bitten? Das ist der Timo, der Timo Schwarzendal. Ja, wunderbar. Schöner Einspieler, ne? Lädt ganz glücklich aus dem FF. Timo, Timo Schwarzendal. Die meisten ist er schon bekannt, weil er vor zwei Jahren in Bernhard Prinz war, Kinderprinz war. Er kennt das hier Chef, also quasi aus dem FF. Voriges Jahr, wie ich leider durch Krankheit ein wenig ausgefallen bin, hätte mich hervorragend vertreten, hätte das ganze Ding allein geschmissen. Er hätte mindestens so einen gefährlichen Schnitz am Kopf wie ich. Timo, möchtest du was sagen? Ah, ich wusste es. Timo, du kriegst jetzt der Hund. Oh, der Buermäde.